Wenn, ich hab so'n Stock, ich hab den Stock versucht aufzuschneiden mit abgerutscht und hab mir mit voller Kalle mit meiner Hand in die Eier geschlagen. Ich hab solche Schmerzen, wenn. Jetzt wird's ja noch in Ordnung. Oh, fuck. Oh mein Gott, das ist gar nicht lustig. Oh mein Gott, das ist gar nicht lustig. Was ist die Rache von William? Wo ist die Sicherheitsnase? Ähm, hier. Gut, benutzt sie. Ich hab hier ne Packung Rahmsoße, also Pulver. Und ich hab auch einen Föhn gehabt. Jetzt ist mein Zimmer orange. Warum wieso ist dein Zimmer orange? Er hat seinen Föhn in eine Rahmsoße gehalten. In Pulver, Pulver, wieso hast du so rahmsoßen Pulver auf dein Tisch? Ich, ähm, mach mal kurz Cam an. Junge, mach deine Cam an und zeig es. Der Typ bringt mich zur Verzweiflung. Jumpelemann Motze. Jumpelemann Motze. Jumpelemann Motze. Jumpelemann Motze. Jumpelemann Motze. Jumpelemann Motze. Sie sehen hier noch die Einkerbungen. Das sehen sie. Und ich werde jetzt diese Flasche schütteln. Eine Sekunde. Ich hoffe dass ich nicht sterbe. Ich fahr mich irgendwie nicht. Ja dann machen sie doch einfach. Drei, zwei, eins… Heil Satan! Okay. Warum? Schätze, das ist jetzt wirklich! Der Boden verwirbt sich. Ey, das geht nicht lange gut. Ich war doch so... Also, ich könnte ein Loch reinmachen, aber ich tue es nicht. Hattest du nicht noch ein paar mehr Bio-Experimente? Ja. Was ist aus deinem anderen geworden? So. Ey, sag mal, wie unergonomisch ist dein Setup? Deine Maus so da vorne? Deine Tastatur so weit dahin? Und dein Lautsprecher irgendwie dazwischen? Hier, hier ist meine Maus. Da ist dein Ego. Weißt du, ich mache dann immer so. Ey, du meine Wurmen! Ich scheiß mich echt wirklich... Siehst du, wie ausgedeckt das ist? Wenn ich mal so fragen darf, Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ich muss das Loch abgeben. Echt? Das dauert jetzt drei Tage, bis es wieder runterkommt. Scheiße! Du möchtest... Was hab ich getan? Du möchtest das abgeben? Siehst du das hier? Das schöne blaue noch. Da hab ich mit Mama draufgehauen. Und das blaue ist von der Blasche nach William. Ja, ich hab so geblattet. Oh, ich bin richtig ausgerastet. Dann hab ich's so gemalt. Ich hab diesen Hammer genommen. Wir sind sowas drüben auf dem Hammer opäntel. Umbult ist über 2. Dann hab ich hier eine Schere. Einen Nadeknütfen. Hebeband! Siehegtw Considerwitz Skittles! An asthma Spray! Rahmensauce! BمOSSELC! Jerusalem tutti! Ich hab das genau gesehen, wie sich das Pizzamesser verabschiedet hat. Das lässt du dir fast bald schon wieder wegen dem Messer hinter Eier kauen. Ich raubens hier! Einen locker! Glasleiniger! Wollen Sie wissen, was das krasseste ist? Das exklusive Regenbogenglas von McDonalds! Oh mein Gott, ist das hässlich! Gucken Sie sich an! Ey, das ist übelst hässlich! Heilsatan! Lebt schon die Hand! Was ist hier? Ich will das schon wieder hochladen. Wollen Sie wissen, was ich noch in meinem Zimmer habe? Ich habe alles Handy von dort rein an! Ach warte doch! Wollen Sie wissen, was ich damit jetzt mache? Nein! Alles auf die Seite! So gehen die Lautsprecher bald aber auch nicht mehr. Nein! Die Lautsprecher, die gehen über dieses Kabel hierher vor meinen Beinen. Ich muss einmal das Licht anschalten. Mit meinem Lichtern-Schalterstock! Dann drehen wir uns einmal! Sehen Sie hier dieses Kabel? Das geht von dieser Box! Hierher! Geh runter! Zu dieser Box! Ey Junge! Wie ist das da, ey? Ich wollte kurz was trinken! Wollen Sie wissen, was exklusivste an meiner Heizung ist? Nein! Da sind Tasten drauf! Aber wollen Sie wissen, was das Kabel im Stil ist? Nein! Lass es doch! Ich muss meinen Boden nachfragen! Hierher kommen Dompackungen ohne CD von Samsung! Samsung! Soll ich es kaputt machen? Ja! Sehen Sie die... Oh! Wir sehen dieses Teil! Heil Satan! Ich werde es einmal kurz meine Kamera fixieren! Nee! Ich möchte nur kein Meister! Scheiße! Heil Satan! Bitte hör auf, ich habe einen Lachkram! Ey, was ist das? Wie gehst du bei uns? Was ist das denn? Was ist denn hier? Diese Scheibe! Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ich habe ein Loch hier reingestorben! Hallo, der Herr! Ey, ey, dieser Lichtschalter hat mich riesig fertig gemacht! Ich hab mein komplettes Wasser ausgeschüttt! Hehehehe. Ey... Nein, Moment! Ich bin schon gerade originaler los! Ich bin schon gerade... Ich bin schon gerade originaler los! Hahahaha! Hahaha! Hallo, die Herren, wir haben jetzt einen Bruchpunkt erschaffen! Ich erinnere noch mal... Wir werden jetzt jetzt diese Scheibe durchbrechen! Raten Sie mal womit ich diese Scheibe zerstören werde! Mit einem Hammer! Mit einem Pizzamesser! Wir sehen hier, diese vier Punkte, die ich reingesteuern habe. Nein. Funktioniert auch noch. So. Ist das eigentlich gefährlich? Jetzt zieht ihr gleich. Ey, das war genau der Moment, wo ich dich dran erinnern wollte. Wir haben 0 Uhr 59. Sehen Sie diese? Also wir haben einmal die noch halbwegs funktionierende Seite. Hallo, senorita. Und dann haben wir diese Seite. Basti, mach einfach Facebook-Beer. Basti. Kann ich das schneiden? Ja. Ich versuche aber, mein Gesicht rauszudingen. Ach, warum denn? Ich darf nicht im Internet gesehen werden. Bist du einfach zu frame? Diese Skiddlestackung gespreizt. Warte mal, ganz kurz bei der Presse, ich möchte auch mal was Comedy-Antus beitragen. Oh! Oh, ne Schere. Oh, scheiße. Da ist ein Dreck. Möchte ich das mal in den CD-Spieler einlegen? Mit deinem PC. Viel Spaß dabei. Allein, der... Julio XT. Das ist ja kaputt gemacht. Oh, komm. Das ist Hackman. Die Lammel-Lampe. So, ja. Lappel. Ich hab dir getrocknetes Toilettenpapier. Was hast du denn da getrocknet? Apfelsaaf aus meiner Tastatur. Glaub dir keiner. Das glaub dir sowieso keiner. Das ist das Experiment. Es verfärbt sich. Ich muss hier raus. Leute, ihr müsst Taruta abonnieren. Das ist das.